I got the Reaper, the Roller Reaper, let's get the Reaper, get the Reaper, roll over. Ja, Mensch, klasse. Machen wir so, ne? Prima. Ich hab das Mikrofon auch nicht an dich rangereien. Hallo, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie suchen Markisen? Ja, sehr gerne. Die Kassettenmarkise Romana will ich Ihnen gerne mal zeigen. Wollen Sie mir einmal folgen, bitte? So, hier stehen wir jetzt schon genau richtig bei unserer Vollkassettenmarkise Romana. Die Romana ist eine sehr beliebte Vollkassettenmarkise, eigentlich die beliebteste bei uns im Online-Shop, weil das Tuch sehr schön geschützt ist. Sie haben nur zwei Konsolen, eine links, eine rechts entsprechend am Mauerwerk oder im Mauerwerk, besser gesagt, montiert oder auch alternativ unterm Balkonvorsprung oder am Dachspan. Sie brauchen auch bei großen Breiten, auch mit viel Ausfall, brauchen Sie wirklich nur diese zwei Konsolen. Das Wichtigste ist natürlich, dass es entsprechend fachgerecht montiert ist. Sie können die Romana Vollkassettenmarkise mit allen Tüchern aus der kompletten dicksten Kollektion kombinieren. Sie haben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und können entsprechend unserer Montageanleitung die Markise dann selbst montieren oder alternativ von uns montieren lassen, wenn Sie möchten. Zu bedienen ist die Romana Markise über eine Handkurbel, ganz konservativ oder sonst auch sehr bequem, sehr schön über einen Funk-Handsender. Das heißt, da ist der Funk-Motor direkt eingesetzt in der Tuchwelle. Das ist ein SOMFI-Qualitätsmotor. Da drücken Sie dann einfach auf diesen Handsender und können die Markise dann aus- und einfahren. Sehr schön. Als Alternative ist auch die Bedienung über eine App und zwar können Sie es dann mit iPhone oder mit Ihrem Smartphone ganz bequem bedienen. Sie drücken dann hier einfach auf den Icon von unterwegs, wo Sie auch gerade sind und können dann die Markise aus- und einfahren. Über I.O. haben Sie dann auch entsprechend immer die Rückkopplungsfunktion sozusagen. Also Sie werden immer benachrichtigt über I.O., über die App, ob die Markise nun ausgefahren ist oder eingefahren, in welchem Zustand sie sich gerade befindet. Ja, und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, bitte einfach bei uns melden, eine E-Mail schreiben oder direkt im Online-Shop einkaufen. Viel Spaß. I got the Reaper, the Roller Reaper. Let's get the Reaper, get the Reaper.